Wenn du Schluss warst mit mir, suche ich dir eine alte Pflegerin. Für mich eine ganz, ganz große, unglaubliche Riesennummer bin. Eine Blondine, die ich ohne Mühe in die Kiste krieg. Sie ist warmherzig und lieb und sie schaut mit mir Champions League. Ich kann mit ihr entspannen, ich kann mit ihr relaxen, ohne dass sie mich erziehen will oder nervt mit den Komplexen. Sie ist nicht Simone de Beauvoir, aber sie kommt mit mir klar. Schau, blöde Filmer lachen uns halb tot. Und ich komm ihr dabei nicht vor wie ein primitiver Vollidiot. Ich muss keine Schuldgefühle kriegen, darf am Trunken unten liegen, ohne dass sie sich beschwert. Keine, die haben am Sex die Welt erklärt. Sie ist nicht Simone de Beauvoir, aber sie kommt mit mir klar. Ich hab genug von den Frieden, Intellektuellen. Problemsex, wie bei Woody Allen. Er kommt zu früh, sie weint danach, in einem dunklen Schlafgemacht. Ich bin durcheinander, es ist spät, hier ist mir viel zu blöd. Sie ist nicht Simone de Beauvoir, aber sie kommt mit mir klar. Ich bin zu alt dafür, ich lege mich nicht mehr zu ner Nervensäge. Ich möchte die zweite Hälfte meines Lebens gern genießen. Mein Samen ohne Schuld ergießen, sie mag es, mir einzublasen. Macht ihr es Spaß, mich zu verwöhnen? Sie sagt, sie hört mich halt gern stöhnen. Sie ist nicht Simone de Beauvoir. Sie ist wunderbar. Sie ist nicht Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Sie ist nicht Simone de Beauvoir.